Schauen, ob ich irgendwas hinkriege mit Schaden. Oh, die Map ist kacke, man. Das stimmt. Deswegen nehme ich auch jemand anders. Ich will aber Schaden spielen, weil der wurde sich gewünscht, man. Aber der ist kacke hier. Egal, ich spiele ihn trotzdem. Ja, easy win. Na, easy win würde ich noch nicht sagen. Komm, doch mal um diese Spielen. Ich wollte gerade sagen, ich habe als gegnerisches Team auch schon mit nur Damage und Flank gewonnen. Aber wir hatten nur ein Flank. Was haben die? Genau, abmalen, Flank. Ah, erstmal gar nichts getroffen, super. Das ist eine solle Runde. Okay, ich komme hier auch nicht gespannt, ich heil. Okay, ich habe... Es läuft irgendwie unflüssig. Ja, es leckt. Hilfe. Kenn ich dir nicht aus, denn. Lecks! Der spielt nicht mit. Ach so, ich habe jetzt erst den Witz verstanden. Oh. Es gibt zur Zeit irgendwie einen Fehler, das manchmal an den Runden einfach einer komplett ausgeschalten wird. Also du kannst dich meistens gar nicht mehr bewegen. Oder teleportierst dich über die ganze Welt. Wo ist der Schal denn hier? Das sind die geilsten Hacks sogar eigentlich, wenn du dich über die Welt teleportierst. Ich habe es schon mal geschafft. Obwohl ich eigentlich bei uns im Spawn stand, mich rüber zu teleportieren, jemanden zu kinnen, um wieder zurückzukommen. Das ist cool. Mehr Topsens kann es ein bisschen nervig sein. Ja, das ist es auch. Ey. Ich kann nichts, ey. Oh mein Gott. Das wird mir auch immer geserved. Ja, du bist aber Gold. Ich bin Bronze. Der erste Weg zur Besserung. Ja, danke. Bitte. Für die Motivation bin ich noch da. Ey, diese Aufnahme, die... Läuft gut. Nimmst die nächste. Oh mein Gott. Will ich kill uns gegenseitig? Immer wenn ich reinlaufe, kommt ne... Damage-Typ, der mich killt. Haben ja auch vier Stücke. Ja, bei Elboxes ist es auch nicht gedacht, dass du da mitten reinläufst. Ja, hatte ich auch nicht vor. Aber bin ich halt. Sehr gut. Hey lol, man kann hier langlaufen, ist ja geil. Ja, das geht runter, sobald der Punkt eingenommen wurde. Das ist vor. Aber jetzt mal ernsthaft. Damage-Typ, beziehungsweise irgendjemand, der wenig lebt. Was hast du hier richtig bekannt? Ich glaub, Discord hat schon da keinen Bock mehr. Oh! Jetzt kommt einer von der Seite an, man. Ich hab mich so schön konzentriert, diese Tyra im 1v1 zu holen. Das ist hier wieder hochqualitatives Gameplay. Wie man's gewohnt ist. Oh. Jetzt kommt sie da hin. Ey, Och Mensch! Dieses Scheiß-Gift, ey! Ich hab schon die Ausrede für diese Runde, die ich schreiben werde, weil ich echt wirklich schlecht bin. Oh! Nein, geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Lass mich! Ich bin nicht sterben. Oh! Da ist der Double Kill, ja! Das ist der wahre Skill hier. Ja, da hab ich Q gedrückt. Schön. Bei dir mal Skill zu sehen. Was? Das ist die Ausrede. Das musst du mal in Rank bringen. Ey, es heißt Little Brother Place. Ja? Wie schiit? Wie schiit? Wie schiit? Wie schiit? Ja, ja. Mit meinem Lehrer mir auch nie befehlen können. Du rocks, dankeschön. Warte, wie ging? Danke. Weißt du, dass irgendjemand von mir ist? So. So. Okay, oder so. Ja, ich hab die Lifehacks parat. Ich und Light haben uns mal... Wir hatten so ein komplett englisches Team. Und ich hab die einfach mal gemobbt auf Deutsch. Der konnte so halbwegs Deutsch verstehen. Ich hab gesagt, übersetze das, ne? Alter. Der hat versucht das zu übersetzen. Und das war einfach das... Der größte Bullshit, der dabei rausgekommen ist. Ey, jetzt kommen die zu zweit auf mich. Die mobben mich genauso wie hier die Engländer. Hast klar. Komm. Da ist doch noch... Und jetzt kommt die da aus der Ecke, ey. Och, Mann. Ecke tot. Ah, das Ding ist meine FPS sind irgendwie low. Die stehen auch mal die Game Settings runter. Ne, ne, das ist ja normalerweise nicht... Die sind irgendwie runtergedroppt, weil Paladins super funktioniert. Wir sollten mal gucken, dass wir dann nach vorne kommen. Ich muss aber sagen, ich habe auch mal meine Momente, wo ich nur less FPS habe. Manchmal, wenn ich den Shop öffne, also wenn ich tot bin, 0 FPS und die mir so toll. So, jetzt warte 15 Sekunden dann ganz wieder spielen. Naja, es geht ja nicht nur stark am Prozessor. Ich muss jetzt, das Spiel frisst eigentlich überhaupt nichts. Och, Mann. Ich hatte gehofft. Mein altes Mal einmal gegangen. Äh, meine Wasserklungen ist um einmal gegangen und damit mein ganzer PC. Also, wirklich scheiß, was er gelungen. Und ich möchte nicht nur Paladins spielen. Äh, äh, spielt auch noch Ark Let's Play. Nein, aber, ja. Oh, Mann. Mein Ersatz geht nur, schafft das zurzeit nicht. Ark. Ihr schafft Ark nicht. Also, ich schaff's zu spielen, aber nicht auszunehmen. Ach so, okay. Oh mein Gott, wer ist hier? Oh mein Gott! Der Charlotte, der kam von links. Irgendjemand hat sich ein Charlotte-Gameplay gewünscht. Das ist schon lange her. Und jetzt dachte ich mir, schön, packen wir den mal aus. Und jetzt bereue ich's. Und jetzt bereue ich's. Ich will, dass die darauf antworten. Sekunden. Und du? Shit. Nein! Ach so, das war's du. Ich hab's grad gar nicht gemerkt. Die Leute. Komm, hier ist doch jemand da. Ah, schade. Nein. Kein Aim. Kein Aim. Ist doch super. Das Problem ist einfach, wir sind einfach scheiße. Das fasst grad alles gut zusammen. Ja, das stimmt schon. Da ist schon was dran. Weil man ja jemand unbedingt, äh, N-Druckses wegnehmen muss. Ja. Ey, von wo kam denn die jetzt an hier? Von wo? Das macht doch alles keinen Sinn hier. Und zudem möchte ich ja, dass wir ein knappes Spiel haben. Deswegen muss die Gegner gerade gewinnen. Ja, du lässt erst seinen kleinen Bruder spielen und danach rockst du. Nee, nee, ich spiel, ich spiel in der letzten Runde. Weil, so, machen wir erst 3-3 und dann kann ich dann nachhören. Bindy kann sich auch noch mal in Ausritte einsetzen, ne? Ja, sorry, sorry, ich konnte nicht. Mein Bruder musste noch mal nur rumspielen. Oh, mein Aim ist so geil. Ich treffe so viele Bomben, das glaubst du gar nicht. Oh, nice. Da ist sie wirklich. Ich treffe so viele Bomben, dass ich schon 9-10 spiele. Oh, der Double Kill, ja. Da, oh mein Gott, und dann kommt's geil an, ey. Also, wenn wir jetzt 2-4 verlieren, ist das natürlich bitter, ne? Ja. Ja. Da liegt alles an da, ey. Ruckus hat ja gesagt. Der hört mich so, obwohl ich nicht rede. Also, nicht im Game rede. Wer schießt da, ey? Wo sind die? Da drunten. Ja, ich, ich, ich seh nichts. Gar nicht getroffen, schade. Boah, ich treff gar nichts. Vorhin hab ich ne Runde Strix gespielt. Da war mein Aim voll gut. Ey, was? Oh, Mann! Hm. Oh, übersteuert. Oh, ho, ho. Ich soll ja überhaupt gar nicht. Also, bei mir hat er gerade richtig übersteuert. Was? Nee. Hä? Also, wenn du da jetzt nicht reingehst, verkacken. Ich wollte gerade runterspringen. Mann. Oh mein Gott. Dieser Ruckus. Close. Das war close. Ja, und deshalb soll man niemals im Loading Screen easy win sagen. Hat das jemand?